Hallo, ich bin's mal wieder, euer Knossi, genau, und heute machen wir jetzt noch eine kleine, zum Abschluss dieser Aufnahmesession, so ein kleines 1v1v1, genau, frei für alle Sniper Gameplay auf Dome, 30 Kills, machen wir jetzt letzten Last oder, also letzter Last, letzter Nice oder nicht? Ja, machen wir einfach normalen für Sixty, seine sind hier auch wieder dabei, und da gäb's, ja klar, und ich glaube ich werde gewinnen eigentlich, ja, nein, in der Sniper Runde war ich auch vorne, auf Terminal Herrschaft, ist jetzt hier unter mir verlinkt, so, und wir sollten hier die MSR mit erweiterten Magazinen, das Sekundär war für die Magnum, aber die dürfen wir halt nicht benutzen, es ist nur Wurfmesser erlaubt, und ich bin's. Oh, ach du Scheiße. Das wird ja so richtig viel Kill-abstauben geben, ne, so eins gegen eins, dann kommt der andere von der Seite. Das wird ach, kacke, ich hab noch keinen Kill, ich bin letzter. Scheiße, ja, ja, Gabs da. Wir haben jetzt eine Rauchgranate, auf den Daumen rauf. Was machst du mit Rauchgranaten? Ah, fuck, ich hab keine Rauchgranate mitgenommen. Nein! Aber ich glaube, das wird spannend. Ja, ja, warum? Das ist immer dieses ganz typische Abstauben, wenn man sich gerade mit einem duelliert und dann kommt der andere von der Seite. Und oft kriegt er beide, wo er nichts kann eigentlich dann. Das ist mir nicht in der Mitte gewesen, das hat mir nicht gefallen. Nein, und er bekommt sogar beide. Scheiße. Ah, schön, schön gehabt. Genau, das ist der Gaps. Nein! Nein! Gott sei Dank, Alter. Fuck, ja. Snipen habe ich irgendwie noch nie gekannt, aber ich mach's immer gerne mit. Ah, das wäre ein Hardscope gewesen. Oh, von der Seite. Ah, fuck, ja. Oh! Komm her. War gerade ein Leck. Ah! Er war drauf. Er war voll drauf. Wo's Gaps, wo's Gaps. Ach, Gaps hab ich nicht gekillt. Du bist da oben, ernsthaft. Ja, ich bin dort gespawnt, deswegen bin ich den Umweg. Du bist oben drauf gespawnt. Ja? Oh, das war nicht klar. Ah, komm ich nicht. Oh, durch die Gräser durch, sorry. Obwohl ich keinen Vollmann geschossen hab, hat's durch die Gräser getrunken. Get out, son. Ah, von hinten, ey. Fuck, ey, ich hasse es dort, jemand steht, Alter. Was machst du, die führt gerade? Na, aber einen Kill und nur zwei Kills am Gaps, also das ist schon ziemlich spannend. Get out, son. Oh, komm schon. So, da kommt einer, Darkhäuser Gaps. Sehr gut. Wo ist der jetzt? Ja, Alter. Nicht schlecht. Also früher, früher war ich mit einem Quick-Sport. Oh, komm schon. Fuck, ja. Ja. Fuck, ja. Fuck, ja. Fuck, ja. Fuck, ja. Ah. Uh. Jetzt hab ich einen kleinen 3-Punkte-Vorschung rausgeholt. Was? Ich hol aber gerade auf. Ja, eben. Hier. Nein, 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 nein. Ja. Oh. Ach du Kacke und mit dem Noob, mit dem Noob-Og, wollte ich schon sagen. Seinix killt mich fast jedes Mal, Alter. Ich killseinix fast jedes Mal. Ja, immer wenn ich, immer wenn ich Gaps getötet hab, kommt, kommt Krusty von dir. Ich bin mich richtig gemobbt. Ja, du bist irgendwie das Opfer dieser Nahrungskette. Ja. Da ist das Plankton. Wir machen gleich mit normalen Waffen. Oh. Ja. Ja. Jetzt kommt gleich Gaps von dir. Ja. Wenn der Gaps irgendwo kracht, dann hab ich eh keinen Fall. Weiß dran der zweiten. Ach du scheiße. Ich bin immer ins. Welche empfiehl ich jetzt auch zu beim Snipen? Ich glaub 5. Ah, komm schon. Ähm. Oh, Moment. Ich guck mal eben nach. 5, ja. Also auf Mitteldistanz bin ich... Und gleich, wenn ich zu Sixie machen muss, muss ich ein bisschen hochgehen. Auf Mitteldistanz? Schön gesprungen, aber das hat dir nicht viel gemacht. Ja, eben, wollte ich grad sagen. Sonst hättest du immer mit einem Headshot gehen. Oh, komm schon, Gaps. Gönnen. Wo war Gaps? Oben. Ach du scheiße. Das war sicher ein Hearscope, Alter. Dreckscope. Hm. Hey, komm schon. Ich hasse das, wenn die Leute da oben raus. Das war jetzt ein... Ein langer Hearscope, aber es war noch kein Hearscope, würde ich sagen. Meine ich jetzt ernst? Alter, das Defektionssache. Ah, zwischen die Beine durch, Alter. Ah. Wie steht's denn? Noch immer 3 Kills. Uiuiui, das wird's... Plus minus, ne? Äh. Wo ist er? Ich darf euch beide aber auch nicht zu lange alleine lassen. Weil sonst machst du einfach die ganzen Kills mit Gaps, so wie jetzt gerade. Das ist so unfair, ich fühl mich jetzt noch immer gemacht. Oh. Ah, da ist er, da ist er, oder? Nein! Verdammt! Ich dachte, du siehst mich nicht. Ich dachte, ich bin so voll stealthy und so. Hey, komm her. Ich hab dich geharzt, Coop, nicht getroffen. Weil ich halt immer rein und kurz im Schuss raus bin unabsichtlich. Oh, komm schon. So, spawnt er da drinnen. Nein. Der Spot. Wow! Warum, was machst du plötzlich neben mir, Gaps? Was? Bist du? Wo bist du, Synex? Hier. Friest das Noob? Was? Du hast einen Schluck von Legerleitung, weißt du das? Ich hab drei Schüsse auf deinen Rücken gebracht und warst nicht tot. Okay, es kann schon sein, dass ich Hausvorteil habe, das gebe ich nicht. War so richtig, der Schuss war dreimal drauf. Nein! Boah, Gaps, ey. Nein! Ja, boah. Nein! Gaps, wir müssen hier irgendwie zusammentun. Ich kann's mich doch nicht erkennen. Der Gaps, Alter, ich hasse ihn. Was soll der Schiss? Mach ich denn da oben, Mann, du kleiner. Pisser. Fuck, ja. Jetzt kannst du hier auch noch drei Kinder. Gott sei Dank. Ja, kriegt er das. Aber da musst du eh viel schickst immer noch zwei. Ja, aber dann noch zwei. Dann hat er gewonnen. Oh, fuck. Nein! Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah. Nicht rechnet. Hm? Damit hab ich nicht gerechnet. Fuck. Kannst du für Sixty, für Sixty. Ja, ja, ja. Ich hab auf drei gerade gezockt. Durch einen Rauch. Ja, ja. Ah. Verdammt. Nein! Wieso killst du mich denn eigentlich? Ja, aber du hast ja vor mir rumgesprungen ein bisschen mit Mowgli. Ich hab gerade Mowgli genannt. Ja. Das hast du davon. Nein, Alter. Was soll der Shit jetzt? Hier. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Nein, der war drauf. Der war 100 pro drauf, Alter. Der war drauf. Wieso braucht ihr denn hier eigentlich alles? Ja, das ist der Gaps. Ich hab das nicht. Fuck, ja. Oh, fuck. Nein, das war nur zum Spaß gedacht. Wie? Was denn jetzt? Was ist das so? Ich würde sagen, dann hab ich gewonnen, wenn der einfach so einen Quickscow auf mich zieht. Hast du einen Ausgauf wenigstens? Alter. Sorry, alter Spaß. Ja, aber Sixty war ja danach. Kacke. Aber für einen Ausgauf auf die das tat, aber das ist eine ruhige Hand dann nur. Ja, eben. Das ist ja das ruhige. Naja, aber es ist ja trotzdem lustig, oder? Ja. Und ich würde sagen, tschausen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Spiel. Ja, Knossi. Danke, dass ich hier sein durfte und bis zum nächsten Mal. Ciao.